Ich glaube, ne PS5 ohne, ähm, ohne Bundle wirst du nur schwer kriegen. Also ich würde einfach, äh, glaube ich, in den sauren Apfel beißen und einfach echt eine mit God of War oder Horizon oder so kaufen. Ich meine, sind am Ende des Tages halt auch einfach echt immer noch gute Spiele. Also von daher lohnt sich das halt auch, die zu holen. Und ich glaube, im Bundle mit nem Spiel sind die Spiele auch irgendwie billiger, als wenn du sie alleine kaufen würdest. Das heißt, das ist schon, es ist halt doof. So, ich kann verstehen, wenn du die Konsole möchtest, weil die im Spiel kein Interesse hat. Aber, ja, das ist, glaube ich, der schnellste Weg, an eine zu kommen gerade. Und ja, wie Caveman sagt, du kannst es halt dann auch einfach verkaufen. Das ist natürlich dann auch wahr. Haha. Ich versuche ihn zu schützeln. Ich stehe deinen Weg. Okay. Hey, wie geht's dir? Ich versuche, um zu halten. Wie sieht es da aus? Wir haben ein paar infectierte. Keine Anzeichen für die Touristen. Das ist der Weg. Ich habe ihn. Okay, alle gehen auf. Ey, Resident Clank war richtig gut. Sieht halt einfach aus wie so ein... ...so ein scheiß Pixar-Film, Alter. Das ist halt Wahnsinn. Das ist halt Wahnsinn. Oh, fuck. Ich habe keine Munition mehr. Junge. Shit, ist er gerade einfach vollkommen explodiert? Gibt es einen Grund, warum du nicht in die fucking Lampe zielen möchtest, Junge? Holy Shit. Oh, können wir das nochmal machen? Das nervt mich jetzt schon, wie scheiße das läuft. Ich würde es auf jeden Fall sein. Ich werde ihn nicht schütteln. Ich werde ihn nicht schütteln. Hey, wie geht's dir? Ich versuche, mich noch nicht zu halten. Ich versuche, mich zu halten. Wie sieht das da aus? Ich habe einen infectierten. Keine Anzeichen für die Touristen. Ich habe ihn, okay, ich muss ihn aufhören. Hey, du hörst du das? Clicker! Ja, ich höre, aber ich sehe nichts. Ist das gut? Das ist gut. Ja, ich habe den Weg. Das ist ein Scheiß. Das ist toll. Das ist ein Scheiß. Das ist ein Schreiß. Das ist ein Schreiß. Das ist ein Schreiß. Danke für das Geschenksab! Aha, da sind zwei Dudes! Oh fucking Gott. Oh Gott. Lauf, Junge. Warum stehst du denn da noch rum? Ey, dieses Spiel ist auch manchmal so ein fucking Witz, Alter. Ja. 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 Watch my back. Henry, keep an eye out. Copy. Heads up. Ja. Ja. Oh fucker. Oh fucker. Oh fucker. Oh fucker. Okay, dahinten... Sooo? Holy shit. Holy shit einfach nur. Ich hätte doch einfach das Ding ausmachen können. Fuck. Das wäre wahrscheinlich viel smarter gewesen. Ich habe nicht mal gesehen, dass es da rumsteht. Ich habe nicht mehr gesehen. Henry, gib mir eine Hand mit dem. Okay. You ready? Oh, shit. Hurry, come on. Go. Wait, wait, wait. Hey, they're over here. Shit. Oh, no. Got them. Come on, everyone. Keep your eyes open. We ain't out of this mess yet. All right, check it out. We're good. Sam, let's go. All right, kid. Come on. There you go. Come on. Shit. Hey, they're coming. Hey, they're coming. Well, we're going to get out. Okay, we gotta get out. I'm sorry. We're leaving. What? This bullshit. Hey, now. What the fuck, Henry? What? Oh, shit. One more time. Punch it. Wir sind zusammen. Joel, komm! Komm, wir gehen, wir gehen! Okay. Geh auf den anderen Seite! Okay, okay, okay. Alles wird gut. Das kriegen wir hin. Alles wird cool. Ich hatte das Spiel nicht so krass dramatisch in Erinnerung, ehrlich gesagt. Weiß nicht, welche Waffe ich nehmen sollte. Wo sind die Jungs? Okay, hier sind ganz viele Jungs. Das ist... Dieser Pfeil flog irgendwo hin, aber definitiv nicht nach da, wo er sollte. Ups, ja, duck dich. Nachladen. Komm schon, zielen, schießen, gewinnen. Sehr gut. Ah ne, das... Das zu tauschen war doof. Das macht mehr Sinn. Gut, Job. Ich glaube, McDonalds würde ich irgendwann am Wochenende machen. Ich würde da halt, wie gesagt, mal ein paar Freunde fragen, ob die irgendwie was haben wollen, weil ich das nicht alleine alles aufessen kann. Ähm... Und dann würden die das einfach abholen kommen. Aber das macht halt, wie gesagt, am Wochenende irgendwie ein bisschen mehr Sinn als... ...random zwischendurch irgendwann. Und daher... Okay, jetzt gehen wir rein. Holy shit. Los geht's. Ah, Knick gebrochen, holy shit. Ach, guck mal, wer wieder da ist. Ich habe ihn zurück, aber ich komme zurück für dich, mit dem er zu riskieren. Bleib zurück. Wenn es andere ist, wenn du wieder zurückkommst? Ich habe dich geholfen. Er hat mich auch geholfen. Wir würden uns geholfen. Es ist gut, ich bin okay. Ich bin wirklich glücklich, dass wir dich sehen haben. Das Radio Tower ist auf der anderen Seite dieser Cliff. Dieses Spiel sieht so gut aus. Das Spiel sieht so gut aus. Die Power der PS5 kann schon so ein bisschen was, wenn man echt mal so ein bisschen was damit ausrichtet, anrichtet, mitrichtet. Ihr wisst, was ich meine. Junge, allein der ganze Shit hier, mit diesem ganzen Wasserzeug, das sieht voll gut aus. Ach. Grafik, Alter. Ich streame nur meine 145 Stunden noch ab. Was? Das erste Mal auf dem Boot. Das ist ein bisschen anders als das Wasser. Eine Sekunde. Was? 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 Jetzt freue ich mich darauf, dass wir zusammen Berylons Fall nochmal durchspielen, bevor es abgeschaltet wird. Das müssen wir auch noch machen. Wann ist das nochmal? Die Ze... Ne, im Februar, ne? Sick. Ich meine, das ist halt ein Tagesgoal eigentlich, wenn das nicht am Tag erreicht wird, dann... Theoretisch müsste ich es resetten, aber ich glaube für den nächsten Tag, ähm... Würde ich's... Also ich will jetzt einfach mal sehen, wie viel so normal reinkommt. Damit ich das halt dann am nächsten Tag ein bisschen anpassen kann. Dann geht das halt ein bisschen nach unten. Und wenn nicht, gibt's halt kein Kapitel und ich kann endlich mal früher ins Bett als fucking 3 Uhr morgens. So, das fände ich halt auch nicht so schlimm. So... Das käme mir so ein bisschen entgegen, tatsächlich. Ich kann nicht diesen Weg gehen. Für eine Sekunde da... Ich dachte, du könntest ihn schießen. Ja, fast tot. Sie sind alle recht. Ich denke, es ist gut, ihn hierher zu haben. Ich denke, du bist richtig. Alles hat einen Boat nach unten? Hey, Elie! Ich denke, wir haben etwas gefunden. Wir schauen, was das ist. Wir schauen, was das ist. Hey, ich glaube, das geht alles durch. Okay. Ich habe mir eine Hand mit dem. Okay, ich denke, das geht immer so weit. Hey, Flashlight's out. Sam, stay close. Ich meine, ich kann immer wieder lesen, wie es mit Alyssa weitergeht, aber tatsächlich kann ich das Buch einfach wegwerfen und ich glaube, es wird mich nicht interessieren. Daher, es hält sich in Grenzen, meine Neugierde, wie es mit dem Spiel weitergeht. Äh, ich meine, wie es mit dem Buch weitergeht. Das Emote, äh, ist kein Bean-Emote. Sorry. Tadaa! Okay, lass uns schnell alles looten, was hier rumliegt. Mehr Loot. Ich weiß noch, dass alle gedacht haben, Last of Us 2 oder irgendein Add-on dazu wird um... Ich glaube, Isch-Handeln hieß sie so. Er, sie. Ach, verdammt. Hey, this way. Looks like there's a path up ahead. Right here. Okay, 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 ich verstehe. Nee, du musst halt daran denken, dass ich das Buch dann ja nicht weiterlese, wenn die Subgoals nicht erreicht werden. Der Sinn ist ja, die Subgoals voll zu machen, als Belohnung gibt's ein weiteres Kapitel. Aber wenn die nicht voll sind... Ich kann euch ja nicht für was belohnen, was nicht passierte. Das ist dann schlechte Erziehung, sonst machen wir nicht. Das ist ja nicht! Guess we gotta figure somethin' out. Hey, diese Sache ist ja irgendwie kein Kratzen. Vielleicht auch eine Chance. Johannes, danke für den Sub. Und schon sind wir ein Stückchen näher am Tagesziel. So, das Problem, was ich habe, ist, dass ich vergessen habe, wo, was, wie, überhaupt. Hier, okay. Aber ich glaube, ich brauchte so ein Ding irgendwie, ne? So ein Floß wieder. Ah, okay. So weit, so gut. Oh, warte. Ich muss da wahrscheinlich durch, ne? Aha, 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 okay. Bitte lasst nicht meine Stieftochter einfach wieder alleine, nur weil ihr ja plötzlich Angst bekommen habt. Das wäre richtig, richtig cool von euch. Wow, holy shit. Ach du Kacke Ich hab mich mega erschrocken Oh mein Gott Was steht das Teil einfach dahinter So ich hab's nicht Ohne alles Ich dachte da wäre einfach nur Ey normalerweise hört man die einfach Aus 900.000 Kilometer Entfernung Ich hab nichts gehört Einfach Einfach Das kann er nicht machen Ich bin zu alt für sowas Mein armes Herz Ich bin zu alt für sowas Ey ich war einfach grad Mega immersed in das Spielen Ich hab's einfach Ich hab nicht gecheckt Dass da was stand Und plötzlich war ich so Holy fuck Oh Gott Das kann er nicht machen Let's go Oh there you go Okay Hallo Du musst Kannst du da hoch Ne das wird nichts Kannst du Hier hin Ah das kannst du Sehr gut Hätte ich mich beeilen sollen? Ich glaube ich möchte Part 2 nie wieder spielen Ich hab das zum Release gespielt Und dachte mir so Holy shit Das ist so Betrübend Und traurig Und Einfach nur Krass brutal Das Spiel tut einfach Der Menschheit allgemein Nichts Gutes Von daher Ich seh da leider Keinen Mehrwert drin Das jemals wieder zu spielen Glaube ich Checkbacks Danke für deinen Sub Sicher gehen Dass alle schön Abgeschlossen sind Nach dem Passwort Fragen wenn Fremde kommen Nicht rumschreien Oder spielen Im Versteckrennen Wenn der Alarm losgeht Okay Oh I like Ja Part 2 ist halt echt Wie gesagt Einfach nur komplette Depressionen Und Form eines Spiels Wo einfach alles immer beschissener wird Je weiter du spielst Und das Keine Ahnung Gibt bestimmt Leute Die finden das halt voll cool Weil sie über sowas hinwegsehen können Aber ich denke mir halt so Dieses Spiel hat zumindest so einige Momente Wo es echt gemütlich ist Und wo es irgendwie auch schön ist Und es hat so ein bisschen Zumindest eine Message Welches so ein bisschen Hoffnung vermittelt Aber Part 2 ist halt konstant Nur traurig Also konstant so Da gibt es nicht eine positive So Keine Ahnung Es gibt nichts Positives in dem Spiel Alles ist nur traurig Die ganze Zeit Von Vom Anfang bis zum Ende Bis zur Message Die es irgendwie Rüberbringen möchte Also wenn ich irgendwann nochmal so eine Retrospektive machen sollte Wie bei Metroid Dann würde ich den zweiten Teil nochmal durchspielen Aber erst nach Analytischen Sicht Aber jetzt einfach so Weil ich voll Lust auf Last of Us 2 habe Das wird wahrscheinlich eher nicht passieren So ist es Hm Hey Melia Sprite Danke für den verschenkten Sub Ja gut Was? Oh Gott Ich habe Last of Us 2 komplett auf meinem YouTube-Kanal hochgeladen. Das könnt ihr euch da alles angucken. Inklusive aller Reactions, aller Meinungen, aller alles. Oh, sie hat kleine süße Smilies da drauf gemalt. Die sind leider nicht hier mit drauf. Das ist traurig. Hä? Achso, okay. Alles gut. Ich war gerade verwirrt von einer E-Mail, die ich bekam. Stell sich heraus, es war fucking Spam. Okay. Okay. They didn't suffer. Oh fuck. Oh come on. Wir sind gefangen, wahrscheinlich alle tot. Einige von den Kleinen sind bei mir. Die Infizierten stehen vor unserer Tür. Oh. Jesus. Oh, sich jetzt erst. Ach, du Kacke. Okay. Oof. Haben wir schon wieder eine Stille-versus-Sprudelwasser-Debatte? Weil Sprudelwasser größer als stilles Wasser. Ja, ich bin cool. Das war mir. Ich muss eine gewisse Sicherheit sein. Können wir sehen, ob wir das können? So. Das ist witzig. Ja. Ja. Das ist witzig. Was? Was? Hey, das ist ein Budget, man. Just go. Get out of here. Sam? You stay close to him. Henry! We gotta fucking move! You keep him safe! Go! Shh, shh, shh. They're gonna be fine. Yeah. Yeah, I know. Alright, come on kid. See if we can find a way out of here, yeah? Okay, wer das mit diesem Sprudel in meinem Bauchnabel nicht kennt, der ist vielleicht auch einfach keine 40, so. Das ist zwar halt auch möglich. Gibt es die Werbung überhaupt noch? Ich weiß, dass die halt vor 25 Jahren im Fernsehen hoch und runter lief, aber seitdem... Oh no, nicht die Dudes. Junge! Fuck! Das hier geht in... Survivor aber definitiv nicht hier. Ah! 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 Also ich erinnere mich daran, wie ich die halt als Kind super oft gesehen habe. Als man so gute Zeiten, schlechte Zeiten im Fernsehen geguckt hat. Oder keine Ahnung, was danach so alles kam. Und das war halt so 1994, 1993. Das ist für mich so der Zeitraum, wo die Dinger, äh, wo das irgendwie lief. Das ist für mich so der Zeitraum. Man, das wurde ja auch zu einer krass ikonischen Werbung. Daher wundert mich das nicht, dass es auch später noch erfolgreich wurde. Ey, Duplo White. Guter Shit, so. Holy, holy einfach nur. Duplo White ist das Beste. Ich bin instant der größere Fan von Duplo White als im Vergleich zu dem normalen. You think you can knock that ladder down? Yeah. Go in. Bueno ist okay. Ne, Bueno ist auch ziemlich gut eigentlich. Bueno ist eigentlich ziemlich nice. Also gewinnt schon im Vergleich zu Duplo. Aber Duplo White besser als Duplo und Duplo selber ist halt. Kannste machen, wenn es da ist nämlich. Ihr werdet aber nicht sehen, wie ich losgehe und mir Duplos kaufe. Oh fuck. Kann ich das mitnehmen? Sick. Metallrohr gewinnt leider gegen Baseballschläger. Tut mir sehr leid. Wird das jetzt nicht nochmal ultra shitty? Also so ultra shitty einfach? Magst du, wie ich da nicht hinlaufen kann? Hier, gib mir einen Bust. Ich kann durch das Fenster. Öffne es von der anderen Seite. Mach es schnell. Komm schon, Sam. Du wirst nicht stehen. Was für dich? Ich bin gut. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Okay. Komm schon. Hä? Warum hat er nichts gemacht? Come on. Come on. Hey, du bist am Brennen. Was ist dein Deal? Ich habe das Gefühl, dass der Sammler nicht so aufgeht, wie ich hoffe. Oh. Get ready. Fuck. Here we go. Fuck. 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 Okay, das war bei weitem nicht so schlimm, wie ich dachte, irgendwie. Ich dachte, das wird wesentlich beschissener, aber... Das lief gerade noch irgendwie. Sekunde, ich muss zumindest ausnutzen, dass hier tausend Sachen rumliegen. Was ist dein Deal? Chill, Bruder. Brudey! So, plus der Dude hier. Okay, los geht's. Fresh air. Look at this. Oh, are you fucking kidding me? Haha. So, where's this tower? We're close. Come on, let's go. So, Vielen Dank.